Was geht ab zu einer neuen Folge von Planet Coaster? Genau, hier haben wir wieder viel gebaut, also ich sag mal viel gemacht, wenig gebaut, bisschen was gebaut. Man sieht schon hier eine kleine Veränderung und zwar zum einen die Kirche. Die Kirche ist neu. Das ist meine Inspiration, ich sag mal Interpretation einer Kirche. Eine kleine Kirche aus diesem Gerüst, was es da irgendwo gab. Hier das hier. Also man sieht schon noch die Ähnlichkeit. Ist quasi einfach nur verkleidet. Voll cool. Es ist einfach nur verkleidet, also da gibt es Leute, die haben da mehr draus gemacht. Also für so einen Western-Ding geht das eigentlich, finde ich, schon. Man kennt, was es ist mit dem Kreuz oben drauf vor allen Dingen. Von daher gut. Dann hatten wir noch hier das Dach drauf gesetzt. Ein bisschen durcheinander halt, damit das mehr so lagermäßig aussieht. Und einen Zaun umgebaut haben wir noch. Ich glaube, das war's dann. Und halt noch ein bisschen Deko gepflanzt. Und den Brunnen. Jetzt muss ich mal überlegen. Hat mir die Achterbahn letztes Mal schon gebaut? Ne. Dann ist die Achterbahn auch neu. Achterbahn ist doch was ganz großes Neues. Da waren meine Nebenhüllen gerade ganz kurz zu. Warum auch immer. Ich rede zu viel. Und das wird eine kleine Oase hier. Mit Grün und Palm und so. Ich wollte mal gucken, ob die Palmen schon ausreichen. Das ist noch nicht das Endgültige. Da kommt noch ganz viel hin. Ob die Palmen schon ausreichen, dass die Leute zufrieden sind. Also klappt nur so ganz. Hier der. Da ist noch nicht genug Sennerie hier. Hm. Wer weiß. Dann haben wir noch einen schönen See hingesetzt. Boot. Und so ein Easter Egg hier unten. Eine Schatztruhe. Wie ein Spielen halt, ne? Und ich glaube, wir brauchen hier noch ganz viel Sennerie. Ansonsten kommen da nicht so viele Leute. Weil das hat bis jetzt, glaube ich, Verlustgeschäft gemacht. Ja, so gentle. Ja. Hat halt Verlustgeschäft gemacht. Na gut. Das hier momentan auch noch. Von daher, wir machen auch gerade ein bisschen miese. Das ist das Problem. Muss mal gucken, dass wir da wieder rauskommen. Irgendwie. Aber ich wollte noch zeigen, wie das Ding fährt. Da kann man kurz einsteigen. Müsste bald losfahren. Nehme ich an. Aber die wollte ich eh noch ein bisschen verbessern, weil ja, dann ist er ganz perfekt. Halb voll, glaube ich. Müsste mal gucken. Was ist eingestellt? K-Color. Achso, die habe ich noch keine geändert. 6 Kars per Trade. Ich wollte eigentlich noch gucken, dass wir hier noch mehrere Wagen fahren lassen könnten. Ich glaube, das passt nicht von der Länge her. Da muss ich vielleicht das Ding größer bauen oder so. Wir machen kurz ein bisschen schneller, bis die Leute kommen. Bis es mal losgeht hier. Das dauert mal eine Weile. Ja, da habe ich hier noch ganz viel Foodstores und so. Ich habe gesehen, die Leute, die haben alle Hunger oder Durst und sind auf der Toilette oder so. Da habe ich das ganze Zeug mal nach hinten geklatscht. Hoppala. Ging ja schon los. Scheiße. Habe ich verpasst. Moment. Ich kann leider nicht zurückspulen. Das ist blöd. Minus 4000. Ach du Scheiße. Warum denn so viel? Warum denn so viel? Das kann doch nicht sein. Jetzt darf ich nicht verpassen, dass die los waren. Oh, jetzt ging es mal kurz hoch. Das war gut. Moment. Stopp. Weitkamera. Jetzt war die Pause zu Ende. Fuck. Schnell finden. Wo war die Weitkamera? Nein, 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 nein. Ja, okay. Ich hatte den Anfang ja mal wieder verpasst. Egal. Wobei der Anfang ja fast das Beste ist. Also ganz so krass ist die Achterbahn jetzt nicht. Das ist dann eher die Szenerie, die die umgibt. Wenn da noch ganz viel Szenerie kommt, sieht das auch mal cool aus. Und vor allem der Teil hier. Oh ja, mit dem Durchrütteln könnte man fast so lassen. Das hat schon was. Nur das Ende, das könnte man noch ein bisschen kletten. Weil das war jetzt doch ein bisschen krass. Und hier wird immer noch ein langes Moved. Wobei das gar nicht einen Unterschied gemacht hat jetzt. Von der Fahrt. Eine kurze Fahrt. Macht aber bestimmt Spaß. Ja, also wenn da noch ganz viel seiner Regeln gebaut ist. Jetzt hat man gerade wieder Plus gemacht. Also auf jeden Fall nehmen wir ganz so viel Minus wie vorher. Ja. Mal sehen. Was haben die so für Gedanken, die Leute? Das ist awesome. Ähm. AS-Deal. Was ist denn AS-Deal? Quade-Value. Quade-Value. Look cool. Das Park ist Quade. Naja, immerhin. Sind sie mal zufrieden. Ansonsten würde ich jetzt halt mal wieder im Anschluss zeigen, wie das alles gebaut wurde. In zwei, drei Stunden. Ich glaube, waren es diesmal nicht vier Stunden, aber... Ja. Wunderfein. Ich würde sagen, das nächste Mal, was wir da bauen, also Szenerie hier für das Riesenrad, damit mehr Leute kommen. Hier noch ein bisschen mehr. Sowieso noch ein bisschen ausschmücken und... Wenn wir noch Zeit haben, halt... Wieder meinen Park ein bisschen erweitern, meine Westernstadt ein bisschen ausbauen. Dazu hat es eh keine Riesen-Westernstadt, so ein bisschen klein. Also von der Größe der Kirche und von dem Gebäude her wird es eh eine kleine Westernstadt. Aber erstmal was bauen. Sieht ja erstmal cooler aus, als wenn das hier alles leer ist, ne. Hm... Ich würde sagen, geht's los. Die Kirche ist! Ich würde sagen, dass das hier allesuno seascht. Ich würde gerne geben. Ich würde sagen, wenn ich das hier alles models, was lä invited. Wir ja und wir wollen eine Kolze. Sieht ja noch ein bisschen etwas? Ich würde sagen, es molto genau, gab es keinen Kontrollen cucumbers. Ich würde sagen, dass du sie mal vorabitลга. Dann bald jetzt doch noch. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank. 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 ... Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020